willkommen rentner weihnachtsgeld von der rentenversicherung mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwälte und rentenberater von rentenbescheid 24 die heute ist der 18 9 2024 ich habe eine e mail anfrage ein bekommen von einem rentner ja sogar die rentenversicherung angeschrieben hat und er meint ihm stünde weihnachtsgeld von der rentenversicherung zu meine damen und herren bekomme ich weihnachtsgeld von der rentenversicherung so die direkte anfrage an mich rentenberater und rechtsanwalt peter knöppel nein meine damen und herren das gibt es natürlich leider in deutschland nicht wir kriegen keine 13 monatszahlung an rente sowie zb vereinbart in der schweiz da geht es ja 2026 los in deutschland gibt es nur in anführungsstrichen zwölf rentenzahlungen und zwar laufende rentenzahlungen ab januar bis einschließlich 31 12 2024 zum beispiel sind genau 12 rentenzahlungen ein weihnachtsgeld oder ein urlaubsgeld in form einer gesonderten rentenzahlung gibt es in deutschland nicht ich würde es mir wünschen meine damen und herren dass wir auch eine 13 monatsrente bekommen würden das wissen sie auch aber aktuell ist das in deutschland nicht möglich deshalb gibt es kein weihnachtsgeld als gesonderte rentenzahlung näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid 24.de ich wünsche ihnen eine super rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenmarader peter knöppel